Wir sind in-game im Chat. Das hat damit zu tun, dass ich dann auch einfach mal zwischendrin ausschalten kann, dass Drake nicht die ganze Zeit das Geblabber höre, wenn ich mit dem Chat rede. Das ist der Sinn. Das könnte ich im Discord auch machen, ja. Aber bei Spielen wie Ark oder auch Atlas handhaben wir das so. So. Jo, dann bauen wir auf. Ja, ich gebe dir am besten mal den Kram, weil ich habe keine Ahnung, wie du die Falle basteln willst. Ja, dann musst du im Prinzip, also ein Tor nach vorne, hier so. Wo man so hier durchlaufen könnte. Da, wo du jetzt bist. Ja. Ja, genau. So, dann. Mittelbalken, also, warte mal. Jetzt machen wir erstmal, jetzt ganz mal das ein und zwei, hier in die Richtung, wo ich laufe, auch nochmal ein Tor. So, dass es wie so ein Trichter wirkt. So. Genau. Und da, hier auch. Wir basteln uns ein Tor für einen Elementar. Sieht gut aus. Ja, prima. Und jetzt gerade, also jetzt hier, gerade nach hier. Gerade nach oben, ne? Ja, genau. Wie viel? Äh, äh, das war, ein bisschen weit auseinander, aber, nicht, dass der, der wird, ähm, nicht, dass der abhauen will. Ähm. Also, so quasi. Und dann brauchen wir hier, also hier einmal gerade hin. Ein Tor gerade, natürlich. So in der Richtung, wie da auch das andere ist. Also, so wie das ist, nur halt, äh, ein Stück weiter zurück. Dass es gerade ist. Genau. Dann halt hier noch eins hin. Und dann hier noch abschließen. Also quasi ein Kreis. So. Ja. Das muss ja nicht schön aussehen. Nö. Nö, nö. Hm? Da haben wir sie. So, jetzt, äh, müssen wir, äh, hier ein Dino-Tor hinsetzen. Ähm, in das hier, wo du gerade drin stehst. Okay. Äh, das Dino-Tor hast du. Die hab ich dir vorhin gegeben. Ja, aber der kommt doch hier durch, oder? Nicht mehr. Und, äh, in die Mitte stellst du jetzt jeweils zwei Balken auf. Zwei Balken. Zwei Balken. In die Mitte zwei Balken. Ach so, meinst du, ach, deswegen die Balken, alles klar. Hm? Die hast aber auch du. Was? Ja. Ich mach hier mal, äh, switch to Manuel. Hier. Hier, hier, hier. Okay. Die Balken. Äh, in die Mitte, genau in die Mitte. Zwei hoch. G drücken, wenn's nicht geht. Damit du nicht, äh, aufs Neppen bist. Ach so, ich dachte, du magst, du magst zwei nebeneinander haben. Aber ich mach dir auch eins direkt in die Mitte. Ist gar kein Ding. Also, ein, ja, eins, eins in der Höhe reicht, glaub ich. Jetzt kriegen wir zwei. Lass mal nur eins. Eins in der Mitte. Geh weg da. Also so. So lassen. Und dann die restlichen Katze auch. Wenn er schon hier rumläuft. Was fressen die denn? Ich wollte die ganze Zeit eh schon sein. Bären. Mach du Bären. Ja, wie gut, dass ich welche hab. Nebenbei immer noch so ein Vieh gezähmt. Äh, wo ist der jetzt hin? Der muss doch noch nicht. Na, jetzt. So. Soll ich einen Food drainen? Ja, kannst du machen. Was? Oh, ach, da unten? Ihr Mistkackviecher, Alter. Das sind die denn auch, was erledigt hier. Aber es ist gut, wie 10. Sehr geil. Da ist er. Ein Galiliemus. Galiliemus. Wollte ich die ganze Zeit schon mal haben. Jetzt hab ich einen. Die haben halt einen sehr schnellen Metabolismus. Von daher musst du eigentlich immer Narcos nachfüllen. Es sei denn, du machst so einen Food drain. Ja, mein Digga, da kommst du rein. Zack. So, hier fehlt noch. Teil auch. Wo? Hier. Ach ja, genau da, wo der. Passt. So. 10. Okay, du machst das ja gerade. Ja, der muss festhängen. Na? Digga, so leid es mir tut, aber du musst jetzt da gehen. Dann baue ich ihn halt ab. So. Kannst du mir hier den Baum da hinten noch kletten? Wir brauchen nämlich echt zwei Schussbahnen. Wir müssen hier mal aufräumen. Galilies sind lustig. Oh, voll vorbeigeschossen. Ist eigentlich schon ein Känguru oder ne? Doch, natürlich. Haben wir schon geholt. Ah ja. Cool. Was gibt es denn eigentlich, wenn ich die abbaue hier? Seide. Seide? Oh, cool. So, jetzt haben wir doch eigentlich freie Schussbahnen, oder? Jo. Jetzt brauchen wir noch Schwefel. Dann. Hä? Johnny auf Safari, alles tot. Teleporter. Kann er den Passer rausschmeißen? Jawohl. Wo ist er? Wo ist er? Das ist der Galimimus. Die restlichen Pfeiler brauchen wir ja nicht mehr, oder? Weiß ich noch nicht. Okay, dann behalte ich es immer. Ähm. Fünf. Da ist er, der Gute. Da haben wir es. Oh. So, der muss jetzt eigentlich... Du hast gerade geheilt. Warum ist der geheilt? Na gut. Pass auf, ich parke ihn jetzt mit dem Rücken hier genau hin, ne? Ne, ne. Ähm. Ja, okay, genau. Ja, der hat ein bisschen Wendekreis wie ein LKW, aber kriegen wir schon hin. Hm. Oh, der sieht gut aus. Oh. Fahit schon. So, jetzt brauchen wir Kanone. Und wir haben schon welche vorgefertigt in der Basis. Hast du diese Kiste? Äh, Kiste? Die Kiste, diese Transportkiste. Diese Transgedönse, da wolltest du auch aufheben. Transgedönsebesitzer? Wo man Sachen transferieren kann. Ach, die. Ja, ja, ja. Du meinst diese Item-Collector. Genau. Da bau die auch mal die Homebook. Eben, da habe ich es mir überlegt. Was will er? Bitteschön. Benennen wir mal. Und benennen. Jetzt ist es mal ein Elementar. So, ich schicke dir jetzt gleich mal eine Kanone rüber und so. Klar. Schick mir mal Kanonen. Ich mag Kanonen. Ah, da merkt man halt die Erfahrung von Leuten, die schon länger arg spielen, ne? Wobei, es ist jetzt halt auch keine Wissenschaft. Sogar kein Ding dabei. Wo sind die denn? Ich darf mal kurz auf deinen Kopf. So, hat er schon was geschickt? Nö. Komm, dann holen wir uns jetzt hier, aber... Wo sind die denn? Wo ist denn da einer? Da bist du! Du kleiner Fratz, du. So. Habe ich noch was zum Zehen für dich? Ein kleiner Fratz. Ähm, du musst die unten aufbauen, die Kiste. Geht sonst nicht? Ne, warte mal. Mach doch. Die wird nicht angezeigt. Die ist so süß. Ändert sich's Wetter? Hä? Was sagst du? Die sind so geil, die Viecher. Guck mal. Die sind so geil. Digga. Noch eher ohne Energie, ne? Kann das sein, dass der halt so auch gar nicht funktioniert? Drake, kann das sein, dass das Ding halt nicht funktioniert, weil's keine Energie hat? Ja. Bist du? Mach nix, ich hab's jetzt so mitgenommen. So. Dann platzieren wir mal die Kanone. Junge, wat'n Ding, du. Ja, also du musst weiter weg. Ja, ich versuch grad. Halten für Ziel, Option. Tiefer Ziel. Du sagst, ich... Du musst dann manuell zielen, das ist das Problem. Pass auf, ich geh jetzt noch ein bisschen weiter vor, du sagst, wenn's gut ist. Oh, stopp mal. Jetzt ist nämlich, äh... Wie darfst du... Äh... Sogar, auf Leben, bitte, wenn. Hab ich doch. Also du darfst dem nichts zu essen reinmachen, weil wenn er mampft, dann bewegt er sich und dann verschießt er den Schuss. Okay, dann muss er halt hungern. Hast du gehört? Du musst hungern. Da. Passt das? Hier haben wir... Hm. Schwede. So, hier haben wir ein paar Kanonen. Ja, wir werden's probieren, wenn nicht. Mach mal... Mach mal eine rein und dann guck mal, wo der Schuss landen würde. Wenn wir jetzt schießen würden. Ah ja. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Wollte schon sagen. Das ist eine gute... Ja, ja, ja. Besser geht's ja kaum. Jetzt musst du nur noch anlockt, durch das Tor locken und, äh... Ah, warte, er muss auf Passiv hier. Ist schon auf Passiv. Okay. Okay, dann geh ich ihn jetzt mal... Ich mach's Tor zu dann. Ja, alles klar. Jetzt geht's los. Sie haben leider nicht angetroffen. Wiederholen Sie ein paar Kinder in der nächsten Stadt ab. Ja, wahrscheinlich. Äh, Steinkinn. Wahrscheinlich wird's so sein. Grün 1. So, dich muss ich aber jetzt gleich wieder... So, Abfahrt. Wir holen jetzt da oben den Elementar. Verstehst du mich? Da oben ist er. Da hängt er. The Boy. Jetzt wird's interessant. Ob ich das hinkriege. Zweifle ja stark dran. Hallo. Komm her, du. Ja, siehste. Da ist er doch. Komm. Ja, wo ist er? Wo ist er? Das ist aber... Hat nicht so wirklich Bock, The Boy, ne? Oh. Komm. Ich komme. Jetzt hängt er da. Was mache ich denn? Ach, doch. Achte. Digga, nicht da oben stehen bleiben. Was ist denn los mit dir? Hier spielt die Musik. Ja, komm. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Oh. Der ist halt da durch. Der passt doch da niemals rein. Also. Du meinst echt, die Idee war gut? Ach nee, jetzt kommt der Vogel wieder mit. Oh. Okay, ist drin. Uh. Geht zur Kanone. Geht zur Kanone. Bin schon da. Warte, warte. Sag, wenn ich feuern soll. Nee, noch nicht. Ich versuche einen Einzug herkern. Der macht aber gerade unsere schöne Steindinger da alle kaputt, ne? Naja. Du musst jetzt genau den Kopf treffen. Oh Gott. Haut das hin? Nein, nicht auf ihn. Nur auf den Kopf. Da muss ich höher zielen. Oh Gott. Auf den Kopf. Ja, das sagst du so. Wie soll ich mit dem Ding hier steuern? Warte. Warte, grünen Einfluss da weg. Oh Gott. Der muss jetzt Akku kriegen auf den Ars. Achtung, warte. Jetzt dreht er sich natürlich. Dreh dich um. Nee, das war auch nicht der Kopf. Nee. Warte. Kanone ein bisschen. Na rechts, okay. Ach. Boah, das ist sauschwer, ne? Das ist sauschwer, ja. Das kannst du ja mal vollknicken, ey. Wie soll denn das funktionieren? So tötest du ihn. Das ist ja richtig übel. Genau, jetzt hat er die Akku drauf. Jetzt muss er auf den Kopf zielen. Wenn er sich so anguckt. Genau den richtigen Moment abpassen. Jetzt dreht er sich wieder um. Ja. Keine Ahnung, ob ich den Kopf treffe, ne? Topo 0. Aber fast halt, also fast halt tot. Er dreht sich jedes Mal weg. In dem Moment, wo ich ihn... Mach mal Titane, da bekommst du da. Ja, das Problem ist, wenn ich halt nur auf seinen Kopf zielen soll. Er dreht sich jedes Mal in dem Moment weg, ne? Vor allem mit dem Scheißding kannst du nicht richtig zielen. Nee. Genau. Nee. Ob wir den kriegen, keine Ahnung. Warte mal. Komm mal her. Komm mal runter. Ähm. Probier jetzt mal. Ja. Ja. Ja.